einen wunderschönen wünsche ich euch und herzlich willkommen zurück zu dead by daylight wie ihr seht heute killer und ja ich starte ein kleines experiment ich probiere es einfach mal mit der krankenschwester ich habe keine ahnung wie dieser killer funktioniert ich habe keine ahnung ob ich damit umgehen kann ich habe absolut keine peilung ich habe aber eine tagesaufgabe mit ihr also probieren wir das einfach mal punkt aus ende schlimmer als dass sie mich auslachen kann es nicht werden und ihr wisst wie ich bin es ist mir egal oh lecker es gibt blutpunkte 300 prozent mehr sehr schön es gab auch wieder geschenk von dead by daylight von bion oder wie sie sich nenne ich weiß es noch und es gab 100 blutpunkte geschenkt sind jetzt nicht viele also man kann nicht wirklich viel damit anfangen ich konnte meine krankenschwester insgesamt mit einem blutpunkt die ich noch hatte auf level 9 bringen ich habe zwei perks bei ihr einmal habe ich genommen den ruf der krankenschwester und einmal habe ich eiserner griff genommen den habe ich nämlich schon auf level 2 ich finde den eisernen griff so geil und wenn ich denn dazu kommen sollte dass ich jemanden fange dann ist der absolut göttlich ich würde auch mal gucken wie ich damit umgehe wie die krankenschwester so funktioniert ich spiele jetzt erst mal mit maus und tastatur survivor kriege ich mittlerweile hin mit gamepad aber beim killer muss ich noch ein bisschen gucken da vertausche ich nämlich auch gar mal die knöpfe dann will schlagen und macht gar nichts also ich probiere es einfach es lädt erst mal auch jetzt oje auf auf in den feld sie ist sehr langsam ja ich kann mir da nicht so richtig umgehen jetzt habe ich habe ihn aber erwischt es macht immer kaputt jetzt ist er weg schon auch warte mal das will ich haben Was ist das? Was ist das? Ach man, das ist doof. Mist, zu langsam. Oh! Mist! Na ja, ich habe es auf einmal geschafft. Na mach doch, warum macht die das nicht? Ah! Was ist das? Das ist egal. Wie steht das, ne? Oh, was ist das? Oh, was ist das? Oha, seid ihr schon fertig? Seid toll. Erwischt! Ha! Ich habe ihn erwischt, ist mir egal. Geliehende Zeit, okay. Es ist alles nicht so schlimm. Ich muss üben. Lasst mich üben. Achso, ich muss warten, bis die komplett aufgeladen sind. Alles klar, ich verstehe. Ah! 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 Ach! Ich hatte aber einen am Haken. Ah! 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 und ich muss mal schnell Tür zu machen. Juhu! Ey, ich habe mir Mühe gegeben. Okay, wenn ihr es auch so lustig fandet, ihr wisst mein Spruch. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Lasst mir vielleicht ein liebes Kommentar da, ein Like, da freue ich mich. Aber wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge Dead by Daylight. Bis dahin. Ciao!